Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ah, Ezio. Ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Komm her. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald! Komm, meine Tochter, ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filio Duncane! Was soll das? Perdonate, Messere! Bitte verzeiht! Ich bring dich um! Ach, bitte! Das ist nicht nötig! Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf! Jetzt! Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt! Du brauchst Pendel mit deinem Zunge schon lösen! Ihr verwechselt mich mit jemand anderem! Sie brauchte Hilfe bei... einigen Dingen! Ich bin quasi unschuldig! Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu gerechten Preisen! Seht doch selbst! Dieser Mann! Wie schrecklich unkleutsig! Moment mal! Ich kenne nicht! Der kommt hier bekannt vor raus, ne? Aber woher? Kenne ich euch, Messere! Hey! Kommt her! Wo habe ich euch schon mal gesehen? Hey, hey, hier da! Wartet mal! Hei, Berger! Hey, hier da! Wartet mal! Das war's! Ich bin, das war's! Ja! Deine Mitternacht! Ich bin, die... Verletz. Ich bin, das war's! Du hast ... Ich bin, das war's! Ich bin, das war's! Wir haben ein ehrlicher